Hi meine Lieben, wir kommen zu dem nächsten Video mit den Osterhasen. Eventuell habt ihr das letzte Video schon gesehen, wenn nicht verlinke ich euch mal. Da hatte ich ja bei Be My Bear euch ein bisschen was gezeigt, was ich gekauft habe. Mitunter war da ein Papier bei, wo ganz viele Osterhasen drauf waren. Und da habe ich schon gesagt, da machen wir auf jeden Fall Karten draus, dass ich mir die alle einzeln ausgeschnippelt habe. Insgesamt waren es neun Stück und ich teile es jetzt auf in drei Videos, a drei Karten mit jeweils einem Stempelset. Hier habe ich jetzt das von Kartenkunst, schimpft sich aus der Schreibmaschine Teil 3. Und ja, da sind halt ganz viele verschiedene Sprüche drin. Und mitunter auch frohe Oster. Und wir machen jetzt auch die Osterkarte. Ich habe mir hier eine Wolke ausgestanzt, ein Motivpapier mir ausgesucht. Das ist 10 mal 14,4. Und dann schauen wir mal, welchen Hasen wir jetzt nehmen. Nehmen wir den, wobei das ja fast eine Babykarte wäre, ne? Aber nein. Wir haben eh keinen Babyspruch bei, also machen wir ein Froh Ostern. Geht doch auch. So, die klebe ich mir plan auf die Karte. So. Und den hier wieder 3D. Ja. Was sage ich? Nix zu sagen, ich bin voll konzentriert hier. Vielleicht habe ich es auch einfach vorgespult. Die hält mich jetzt gar nicht. Ich denke mal, das werde ich tun. Das ist mal so ein bisschen umspannend. So, das wird auf die Karte geklebt. Das Licht hier ist gerade ein bisschen besser, oder? So, Schutzfolie ab hier. Zack, zack, zack. Genau, das sind halt immer alles Papiere, die ich hier aus meinen Restekisten zusammensuche. Da eignen sich natürlich so eine Karten fantastisch. Und das braucht gar nicht viel. Sucht euch da einfach raus, was für Standsteile ihr nehmen wollt. Ihr werdet gleich sehen, ich habe einige verschiedene genommen. Warte, ich muss mal kurz überlegen. Ich mache das so. Und dann nehmen wir uns das Frohe Oster. Und hier, wie gesagt, das hier ist das Aquarellpapier von Action. Und da habe ich hier so einen Rest. Und das stempele ich mir einfach auf der Rückseite, auf der nicht strukturierten Seite. Mir mein Spruch. So hat man nämlich den Spruch und... Wartet mal kurz. Spruch und Papier, hier den Hintergrund, hat es so eine Farbe. Weil ihr seht ja, das hier ist nochmal ein anderes Weiß. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, weil es der Aufleger ist. Aber ja, ich würde jetzt halt nicht noch ein Weiß dazu mischen. So, das mache ich jetzt hier so irgendwo. Vielleicht hier. Weil das ganz cool wäre, wenn das jetzt irgendwie eine Rosa im Hintergrund hätte. Warte, das machen wir auch. Ich mache das einmal so. Und dann habe ich ja hier noch ein bisschen was rumzulegen. Nehme ich das hier. Klebe mir das hier auf. Dann hat das nochmal so ein bisschen Farbe. So, da achte ich jetzt einfach darauf, dass es einen ganz minimalen Rand hat. So, dann schneiden wir das hier mit der Schere zurecht. So, ja, so sieht es besser aus. Sehr gut. Und das klebe ich auch plan auf. Das quetsche ich hier so drunter. Gucken wir, ob es gerade ist. So, dann schneiden wir uns die Wolke hier noch ab. Das brauchen wir nicht mehr. Das auch nicht. Kommt weg. Dann ein Kartenrohling. Hätte ich nicht zumachen wollen. Hätte ich nicht zumachen wollen. Und aufkleben. Und dann zeige ich euch gleich noch die anderen Beine. Die sind schon fertig. Danach, wenn du Lust hast, schau dir das erste Video an, falls du es noch nicht gesehen hast. Hier könnte man jetzt wieder Glitzis oder Nuvos oder wie auch immer drauf machen. Mach ich jetzt aber nicht. So, dann ist das der zweite Vorschlag. Da ist alles Gute zur Konfirmation. Und dann haben wir hier noch für die liebste Mama der Welt. Das fand ich so süß mit den beiden Hasen. Eventuell hätte ich den Spruch wo anders hin machen. Sondern es sieht jetzt so sehr gequetscht da unten in der Ecke aus. Vielleicht mach ich mir auch nochmal ab. Ich weiß noch nicht. Aber ich wollte ihn eigentlich hier machen. Dafür war er aber zu lang. Und ja, mal gucken. Ist jetzt wie gesagt ein bisschen gequetscht in der Ecke. Ist jetzt nicht die schönste Karte. Aber wie gesagt, die anderen finde ich sehr gut gelungen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.